30 Sekunden bis zum Aufladen. Wir registrieren mehrere Raketen-Statzen. Was haben Sie gesagt? Sie sind ein Erdrecht-Ofen. Ich hätte die Verstimmung dieser Einrichtungen. Und mein Tod können unsere Sorte nicht aufhalten. Sie haben nichts aufgehalten. Der Weg ist lang und dunkel. Aber ich weiß nicht, wohin wir unterwegs sind. Ich, wir werden unsere Mission anlassen. Er lebt noch. Das will ich doch hoffen. Das ist ein Riesel. Er wird eines Tages im ganzen Universum Chaos stiften. Er darf nicht am Leben bleiben. So sollte das eigentlich nicht ablaufen. Wir sollten doch das Paket sichern. Schnell rein und wieder raus. Stattdessen war die ganze Sache hier die reinste Katastrophe. Ich hätte dir nie vertrauen dürfen, Richtofen. Niemals! Vertrau mir mal, Demsee. Vertraut mir alle. Dieses Artefakt hat die Macht, die Seele des Objekts zu bewahren. Deine Seele. Aber es kann nur kurz nach dem Tod getan werden. Genau wie ich es bei meinem anderen selbst tat. Es ist der einzige Weg. Moment! Wenn ihn jemand ausschaltet, um das Universum zu retten, dann sollte ich das tun. Schön, dich zu sehen, Tank. Das ist der einzige Weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017